neues spiel neues glück zugeschickt von mir neues reg aus renkt und zwar mit dem spieler in rot hat hier auf arabien die spanier gewählt die spiele wenn glaube ich relativ viel es ist basso und sein gegner in blau mit den italienern es ist trich war so gegen tritt tritt ch ist tritt oder ist tritt ch für für schweiz wahrscheinlich tritt ch jedenfalls ist das ein game wie man sieht bei knapp 1200 elogen beide also kurz vor 1200 elogrenze basso mit den spanien tritt mit den italienern das könnte ein interessantes matchup werden sparen ja mit den kong und die italiener müsste ich gerade tatsächlich mal überlegen die genoesischen crossbows haben die ein bonus gegen gegen kong denke eher nicht aber ich bin mir auch nicht sicher muss ich ehrlich sagen das geben kann ich mal gespannt wenn das ein game von gestern ist dann habe ich das wahrscheinlich ganz kurz mal reingeschaut aber ich weiß nicht mehr genau das ist auch nicht so wichtig schauen wir müssen rein hier was hier abgeht basso auf jeden fall mit vier auf holz hier auf holz das ist sehr interessant das sieht man eigentlich fast gar nicht mehr außer eventuell bei fast castles aber vielleicht hier käme ich bei den spanien nicht so ganz aus aber auch der italiener hier mit vier auf holz also sehr sehr merkwürdig also früher gab es natürlich immer die archer bild orders mit vier auf holz aber das macht heutzutage auch kaum niemand mehr weil das so spät ist aber so spät oben ist dann wir auf jeden fall schon mal dir gepusht das werden weitere naswörner gepolt also viel nahrung hier unterm tc bei trich vielleicht ein bisschen zu viel gerade sogar und bei basso wird jetzt ebenfalls noch das zweite naswörn gepolt wir haben kein dir push bei ihm schauen wir mal kurz darauf war was hier gescoutet wird schon relativ nah dran an der base und sein gegner der ist weiter am dir pushen deswegen kein offensives scouting hier so und da haben wir jetzt erstmal basso sieht jetzt schon mal das haus an bündigt sich erstmal an einmal anklopfen finde ich gut wenn man anklopft beim gegner und beide auf dem weg nach oben 20 villager bei basso trich mit 22 villagern also bei trich steht er schon hart nach fast castle aus und das hier auf dem map und der als versucht er sich ein bisschen zu wollen aber das wird ja eine halbe ewigkeit dauern also das riecht hier nach nackten fast castle langsam von trich gespannt ob basso das jetzt hier mit scouts dann gleich gleich bestraft und war versucht jetzt erstmal kriegt tatsächlich gut schaden hier das ist aber eine kasern da also nicht komplett nackt hier den feiter will er eigentlich nicht geben da hat er von der bildschirm dann eigentlich schon ein bisschen viel schaden genommen um den kann er nehmen natürlich kann er ihn nehmen weil trich halt ja noch gar nicht in fügel ist also basso jetzt hier tatsächlich trich weiß noch gar nicht wo der gegner ist und ordentlich was der macht aber basso jetzt hier der kann sich das alles in ruhe anschauen macht er dann jetzt auch und bei trich und jetzt ein stable dazu stabil als italiener interessant und bei basso schielt da etwa einer richtung karslage ok also noch gar nichts hier ob jetzt die schmiede mit dazu was hat er gesehen hat er immer noch nicht alles gut gescoutet er weiß immer noch nicht ob da in tech ist wie wir wissen dass hier keiner ist aber normal jetzt sieht er doch da ist ja entdeck der stall auf jeden fall da und da kommt auch schon der erste scout der will jetzt hier rausnehmen aber immerhin hat basso gesehen dass der stall da ist reagiert auch drauf und erst mal zwei spears raus bei drei scouts auch mit spears mit dabei da ist der erstes wo der kriegt schon mal richtig fetten hinter ab hier war schon mal gut war so ist nicht mehr weit weg von castle age hier der spiel ist mit dabei schauen wo hat er die hin positioniert geht nicht zu schnell okay woodline ist noch offen da kommen jetzt zwei scouts hat er vielleicht noch nicht gesehen aber da ist ein spiel in position big walls am stone nice direkt wieder aufgemacht wird ein quartiert und das ist auf dem weg richtung ritter zeit keine zwei minuten mehr tritt ist davon noch ein stückchen weg also erst mal reine defense hier von von basso hatte noch die noch kein welcher verloren alles gut bei ihm jetzt gibt es hier noch mal ein paar fights mit dem villager an der will hier unbedingt auf castle gehen also da werden wir gleich konks sehen da gehe ich fest und aus schau mal kurz bei tritt hinten nach schmiede ist da der geht jetzt hier ebenfalls auf stone also beide gleich mit einer burg tritt jetzt auf dem weg richtung ritter zeit und die spars sind hier ein bisschen weit out of position ein bisschen weit weg von der base jetzt kommt steil danach bei basso und bei tritt ja da kommt befiederung rein und tatsächlich steinabbau upgrade noch ein also der will hier mit aller macht die castle pläsen da sehen wir dann vielleicht ein paar genoesischen kurs post hast du bei basso vorne richtung gold schützt gold schützt wird spars mit dabei das sollte locker hoch gehen hier da kommen auch schon die upgrade rein der halterung ja alle upgrades kommen rein für die konks die defensiven archer upgrades braucht er ja aber auch die auch auf platz mit blatt eins was bin ich so ganz nett gerade weil man ja ein bisschen kiten möchte wog ist da vier konks sofort angedrückt eco läuft bei ihm und auf der anderen seite und so eco-upgrades da könnte jetzt natürlich noch mehr gehen er müsste erstmal er hat aber gerade nur auf holz wir bauen gerade alle hier beim ding ist neu kann man machen ein paar mehr eco-upgrades wäre natürlich cool aber da ist auch schon zumindest das farm-upgrade drin das holz-upgrade wäre natürlich auch wichtig bei street sieht das auch gut aus er holt sich ja auch die ganzen upgrades und jetzt kommt auch da die castle die konks sind unterwegs die erste kill ersten kills wurden schon gemacht jetzt kommt natürlich auch ein bisschen auf micro drauf an zwei ritter haben war draußen und die drei konks jetzt müssen schaden hier von der burg aber wir sehen schon die upgrades sind schon ganz gut drin jetzt kann er hier tatsächlich das gold einfach kämpfen weitere konks das schickt tatsächlich jetzt unterschiedliche armeen nach vorne und hinten wollte dass ich komplett bette wall hier bei ihm so jetzt kommt es auch an wie viel schaden kann er machen also ist weiterhin auf einem tc drei villager ist da quasi hinten das heißt er braucht auch so ein paar kills wo jetzt kommen die ritter ran muss er jetzt gut kiten den ersten verliert er leider die nöse schloss kommen dazu oh die machen massiv schaden hier das sind die ersten drei konks ganz schnell weg kann er hier jetzt wenigstens mal ein bisschen schaden machen ist das alles neu eingestellt warum ist das das sieht alles anders aus jetzt hier getötet gestorben wirtschaft okay das sind die updates oder so er hat auch zwei wirtschaft kills das ist jetzt ein bisschen wenig dafür dass jetzt auch die kungs hier doch recht einfach verloren hat und weiter auf einem tc sitzt er muss natürlich schaden machen aber die genetischen crossbows die scheinen ja auch richtig damage zu machen gegen die kungs vielleicht sehen wir das auch gleich mal ein bisschen genauer halte es haut halt rein das haut hat rein das ist schon bitter da muss kommen da muss war so natürlich hart aufpassen hier super gefährlich aber geht jetzt erstmal hier außen rum jawohl jetzt kann er hier mal wieder ein villager killen er muss halt immer relativ nah dran weil die so ungenau sind aber auch hier weitere kungs wieder an der wood line da wird gerade nicht reagiert jetzt dann doch und die genöse da sind die kungs aber gleich so was von weg wenn der schwede sterben die schnell gegen die genöse post aus also da muss man das muss man tatsächlich glaube ich auf dem schirm haben hätte ich jetzt nicht so gedacht und nicht so bewusst dass die wirklich da anscheinend auch so stark gegen sind aber ja ist so deswegen für tritt dann auf jeden fall die richtige idee als mit genösen kostbraus direkt auf burg zu gehen und kostbar zu gehen jetzt haben wir aber hier tatsächlich ein push der hier aufgezogen wird vom basso mit mangen aber von dieser richtung aus wird er da nicht viel machen können aber die manchen sind natürlich wichtig gegen die crossbows da muss jetzt einen anderen weg richtung base finden vielleicht hier ganz rum hoch steht schon sehr gut hier also bei 55 will ich dann tritsch bei 65 tritsch kommt jetzt auch noch light kev mit rein der will hier damit die mangel snipen und auch die mönche wir sind auch sehr exposed hier weil die kungs hier ganz außen rum gehen reinforcements werden aber offenbar hier in gerallied und im im bei basso und pikes kommt mit dazu jetzt hat er hier die wood line gebunden das ist natürlich saftig zwei villager gehen down verliert hier aber schon wieder ein großteil seiner armee muss wieder weg tritsch hier kann jetzt auch gleich hochklicken holt sie noch weiter upgrades er will dir voll auf light kev gehen ja light kev und crossbows wahrscheinlich auch gute überlegung hier von ihm die crossbows gegen die kongs und light kev gegen alles andere hat jetzt im geklickt basso ist gleich oben hat er zu hause die burg könnt natürlich dann auch direkt anfangen traps zu bauen jetzt kommt auch jetzt kommt erst das zweite holz upgrade rein jetzt soll sein pusher laufen muss natürlich echt komplett rum hier um die burg herum und die gemütlichen crossbows die sind schon wieder unterwegs light kevs stehen auch bereit ging sogar noch ein weiteres death upgrade jetzt geht es hier rein die mann können so rausgenommen werden kämpft aber hier jetzt gegen die pikes so das wird ganz ganz eng aber hier könnte basso jetzt alles verlieren da sind die gemütlichen crossbows mit dabei da wird er hier alles verlieren der komplette push ist rückgeschlagen worden da muss basso erstmal neu aufbauen hat keine traps unterwegs tritsch ist gleich im es hat bei beiden viel army gekostet aber es sind halt schon wieder zehn crossbows hier genoesische und wir haben acht conquistatoren ein paar pikes und eine mangel damit schwer was zu machen jetzt kommt hier auch noch eine offensive burg soll hier kommen von tritsch ist natürlich auch optimistisch kann aber gehen die mangel muss halt gute hits landen jawohl da ist der erste hit der reicht wahrscheinlich nicht ja das kann er hier tatsächlich alle durchbringen die burg hier die kongs entscheiden sich aber vorne zu bleiben wollen dann hier noch mal reden das muss auch aber das natürlich eine starke burg hier da ist jetzt aber die erste treppe die gefeuert jetzt direkt auf die burg zweite treppe aber erste treppe auch bei tritsch bei tritsch keine weiteren produktionen auch bei basso gerade nicht sind natürlich auch in sachen ressourcen da echt am maximum dran also zumindest basso tritsch hat auch unfassbar viele ressourcen könnte sich auch viel mehr leisten und da kommen die menschen crossbows die gehen jetzt hier noch mal auf die treppe er kann seine treppe beiden hochziehen repariert das ganze hier hoch für basso sieht das nicht gut aus es sind nur zehn villager mehr bei tritsch aber die genoesischen crossbows die machen ihnen das leben zur hölle neue treppe ist dabei war so und der ist drin in der base kann jetzt hier zumindest noch mal reden insgesamt jetzt 20 villager kills geschafft also das natürlich wichtig für ihn so lange das halt am leben bleibt lange weiter reden kann bleibt auch im spiel die wünschen crossbows sind nur offensiv das hat hier tritsch gar nicht auf dem schirm was und dass er hinten so hart geredet wird dann halt hier wieder ans gold dran dann muss sie natürlich jetzt war so kann ich natürlich versuchen jetzt hier permanent von den ressourcen wegzuhalten kann jetzt die nächsten kills wieder kriegen jetzt die reaktion von tritsch schau mal ob er die armee auch zurück schicken er bleibt hier vorne voll drauf also beide voll drin in der gegnerischen base oder an der gegner space dran und war so hat aber nichts um das hier zu defendern eine mangel und ein paar pikes aber das kann halt nicht reichen wo die kriegen ja auch gute shorts jetzt sind die gleich aber da wo geht down bei kiff nimmt jetzt hier die die mangel wieder raus damit keine mangel mehr bei basso ihr macht weiterhin vorne richtig viel schaden 23 villager gekillt 25 aber reicht das noch mal irgendwie tritsch 82 villager er müsste selber auch seine villager als salen also beide sind am villager killen aber das sieht besser aus für tritsch jetzt kommen hier light kev mit nach hinten die das jetzt hier regeln sollen das werden sie wahrscheinlich auch können also die sind zu sehr angeschlagen hier die kongs und da geht basso raus ja vorne kann er nicht mehr weiter schaden machen und hinten findet er einfach keine antwort hier gg an tritsch richtige antwort gefunden mit den genoesischen crossbows da willst du als spanier dann offenbar nicht mehr auf kongs bleiben wusste ich auch nicht das nehme ich ja zumindest mal das learning raus weil ich fand das auch schon ein bisschen heftiger aus wie viel schaden die gemacht haben schweres game schweres game auf jeden fall ohne eine antwort auf die crossbows wahrscheinlich einfach nicht machbar vielleicht wäre plankler besser gewesen stoppikes aber so oder so gutes spiel und tritsch auf jeden fall auch gutes spiel von basso aber schwierig schwierig mit spanier gegen italiener offenbar gg